Und guten Tag nach Düsseldorf, Rüdiger Kiani-Kress, Flugexperte von der Wirtschaftswoche. Grüß Sie. Guten Tag. Klären wir doch erstmal die Rechtfertigungsfrage. Nach beiden Seiten hingesehen, ist so ein Streik gerechtfertigt? Streiks sind natürlich dann gerechtfertigt, wenn eine Gruppe ihre Interessen durchsetzen will. Und da gehören nochmal Lohnerhöhungen und Arbeitserleichterungen dazu. Aber in dem Fall ist es natürlich ein bisschen anders. Wir reden hier nicht von Leuten, die so über Hartz IV gehoben werden sollen, sondern wir reden von Leuten, die bis zu 15.000 Euro im Monat verdienen und dafür 10% mehr haben wollen. 1.500 Euro, das ist etwa das Einstiegsgehalt von einer einfachen Lufthansa-Mitarbeiterin, sagen wir mal, am Schalter. Daher ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Aber es sieht jedenfalls nicht leicht aus. Schauen wir uns die Pilotenseite an. Von denen aus ist gerechtfertigt, was die Lufthansa sagt, No-Go in Sachen Vorruhestandsregelung? Wir müssen uns mal angucken, worum geht es dabei eigentlich. Es geht darum, dass Leute, die nicht mehr fliegen können aus medizinischen Gründen, bei quasi vollen Bezügen bis ins Rentenalter geführt werden. Nun haben wir das Problem, dass das Rentenalter nicht mehr mit 60 beginnt wie früher, sondern mit 65 oder 67. Und um diese Übergangsfrist wird nun gestritten. Also im Klartext dürfen die Piloten zwölf Jahre vor dem Rentenalter in die Rente gehen oder eben nicht. Und wir reden aber auch nicht davon, die heutigen Piloten, die dürfen das so oder so, sondern künftige Piloten. Und da kann man schon mal die Frage stellen, wenn überall anders in der deutschen Industrie oder auch bei anderen Airlines das anders gehandhabt wird, sprich dieses Rentenalter antizipiert wird durch späteren Renteneintritt oder geringere Übergangsbezüge, warum sollen sich dann ausgerechnet die Lufthansa-Piloten dem entziehen können? Ja, die Lufthansa-Piloten klagen ja schon seit einiger Zeit, dass sie auf sehr viel schon verzichtet haben und jetzt endlich auch mal wieder ein bisschen mehr verdienen wollen und ihre Privilegien vor allen Dingen nicht verlieren wollen. Was tut die Lufthansa da eigentlich? Sie hat diese Billigtochter German Wings geschaffen. Spaltet sie sich da selber quasi einen Markt auf, den sie ihn unterschiedlich bedienen will in Zukunft? Das ist der Hintergedanke. Wir haben eine grundlegende Änderung. Während früher eben ein Großteil des Luftverkehrs eben in so einem Premium-Segment stattfand, sind die Kunden heute eigentlich nicht mehr bereit, bestimmte Preise zu zahlen oder fliegen eben einfach auch da, wo es billig ist. Und da muss die Lufthansa halt einfach mitziehen. Sprich, sie kann mit dem, was sie heute an Kosten hat, unter anderem Personalkosten, aber auch in etwas aufwendiger Verwaltung, etwas umfangreichere Kundenbetreuung, gerade an so Streiktagen tun sich andere Airlines, gerade Billigflieger, ein bisschen schwieriger oder sind etwas wurschtiger im Umgang mit dem, was Passagiere so angeboten wird. Das kann sich die Lufthansa halt nur noch begrenzt leisten und dreht an allen Stellschrauben. Und da sind eben das Personal und eben auch die Piloten ein Teil davon, dem sie sich eigentlich nicht entziehen können. Also sie können ja schlecht sagen, du einfaches Schalterpersonal, du musst sparen und ihr Piloten, ihr braucht das nicht, weil ihr halt besser organisiert seid. Ja gut, dafür kauft die Lufthansa aber beispielsweise neue, große, tolle Flugzeuge. Da ist doch irgendwas in Schieflage oder vielleicht nicht? Sie muss investieren, wenn alle anderen investieren. Sie können ja schlecht sagen, wir kriegen höhere Preise, aber fliegen mit älteren Flugzeugen oder auch verbrauchsintensiveren Flugzeugen. Sprich, wenn ein Flugzeug 10 oder 20 Prozent mehr verbraucht, kann die Lufthansa natürlich noch weniger gut mithalten und müsste dann eigentlich noch mehr sparen an anderen Dingen. Also es wird schon erwartet, dass die Lufthansa da auch investiert. Und dann ist eben die Preisfrage, macht sie dann noch einen Gewinn hinterher oder eben nicht? Und darum streiten sich halt auch die Piloten, die halt nicht so richtig einsehen, dass die Lufthansa größere Gewinne macht oder gar Dividenden zahlt. Nun kann sich ja die Lufthansa viele Streiks vor allen Dingen und auf lange Zeit nicht leisten. Wir hatten es ja schon bei den Flugbegleiterstreiks. Da war es ja dann irgendwann auch so, dass die Kosten enorm hoch geworden sind und wirklich dann nicht mehr vertretbar. Das heißt, wo sehen Sie jetzt die Lösung? Knickt die Lufthansa ein? Muss sie einknicken? Sie ist ja schon etwas entgegengekommen. Aber man muss sich halt einfach mal vorstellen, die Piloten haben im Jahr etwa Gehälter von einer Milliarde. Wenn das um 10 Prozent hochgeht, sind das 100 Millionen. Bei so einem Streik, selbst der große über vier Tage, der kostet 60 Millionen. Also ist da sozusagen ein bisschen, kann sich die Lufthansa das schon noch leisten. Weil wenn sie sofort nachgebe, hätte sie eben diese 100 Millionen mehr kosten. Und wenn sie durch Streiks oder halt auch eine Zurückhaltung das ein bisschen drücken kann, rechnet sich das dann halt schon. Das ist aber das klassische Ritual bei jedem Arbeitskampf. Wir sind gespannt, was passiert. Dankeschön, dass Sie uns ein bisschen aufgeklärt haben über das, was sich dort abspielt. Danke, Rüdiger Kiani-Kress. Danke, Rüdiger Kiani-Kress.